Yo Freunde, ein neuer Tag, das heißt natürlich auch ein neuer Fortnite-Shop, also schauen wir uns direkt mal an, was da heute so schönes drin ist, let's go! Und zwar haben wir als erstes die gesamten Fußball-Skins, aber das sind die neuen Fußball-Skins, oder? Die waren jetzt glaube ich schon eine Weile nicht mehr drin, ich schau mal kurz nach. Die waren jetzt schon seit 140 Tagen nicht mehr im Shop drin, die haben ja auch alle so Teams, unter anderem Schalke 04 ist dabei. Und es gibt 5 weibliche und 5 männliche davon, also ja, ich würde mir maximal einen davon holen. Dazu sind natürlich typisch wieder alle Emotes drin, also der Pelé ist Luftsprung, Edel-Technik, dann Baltrix, meiner Meinung nach der coolste von den ganzen Fußball-Emotes, zumindest den coolsten Sound. Dann die rote Karte für 200 Bugs und das Lufthorn für ebenfalls 200. Genau, das sind die ganzen Fußball-Emotes. Jetzt, dann haben wir, oh, den Will Smith, also beziehungsweise aus dem Film Bad Boys ist es ja glaube ich. Der Charakter heißt Mike Lorre, Mike Lorre. Ja, eigentlich schon ziemlich cool, wenn man überlegt, dass es Leute gibt, die einfach wirklich sich selber als Fortnite-Skin spielen können. Muss schon irgendwie cool sein. Ähm, ja, hier noch der Backpack dazu, der irgendwie viel zu riesig ist für den Skin. Und vor allen Dingen schwebt der schon wieder hier so in der Luft. Ähm, ja, Backpack finde ich jetzt nicht so geil, aber der Skin sonst ist sehr, sehr cool. Dazu die doppelhändige Hacke, ja, für 500 Bugs. Dann haben wir noch den Bullenhai. Eigentlich auch schon sehr, sehr komischer Skin, okay. Für 1, 2. Die Hacke dazu, der Unterbiss für 500 Bugs. Auch irgendwie eine sehr merkwürdige Hacke. Und eine animierte Lackierung, die so ausschaut. Ja, ist jetzt auch nicht so geil animiert. Dann haben wir noch den Chalius Maximus. Die Banane aber so in, äh, altrömischer, äh, Kleidung dazu. Dieser Backpack hier. Dann, äh, das passende Kurzschwert. Gladius. Genau. Dann der Kristallskin, der immer dabei kommt zum, äh, Brontosaurus. Und Brontosaurus kommt natürlich immer mit, äh, der Pterodactylus, also dem Gleiter. Und auch dem passenden, äh, der passenden Hacke. Häftiger Biss. Genau. Dann aber noch, was, wie viele Sachen sind heute drin? What the fuck? Grimmer Skin ist auch drin für 1, 5. Die Hacke der Verdammnis ist drin. Wie viele Sachen? Es geht einfach immer noch weiter. Okay. Wildcat Skin für 2,000 Bugs. Auch ein nicer Skin. Rennfieber, wo man ja den Helm abnehmen kann. Dann von gestern der Rasputin Dance für 500 Bugs. Schattentraining, ziemlich unnötig für 200 Bugs. Wackenemode für 500. Dann noch die Rüstigkeit. Auch eher ein ziemlich useless Emote. Da würde ich die Bugs eher sparen. Kauft euch den lieber nicht. Ich habe es gemacht und ich habe ihn, glaube ich, nie benutzt. Ich glaube, wirklich, Leute, ich habe diesen Emote, glaube ich, noch nie ingame verwendet. Also würde ich ihn auch nicht holen. Dann haben wir auch das gesamte Schattenschlagspaketstuhl wieder drin. Was zur Hölle? Wie viele Dinge sind heute im Shop drin? Also, ja, ziemlich cooles Paket eigentlich. Also man bekommt drei volle Skins für den Preis von 2,8. Was eigentlich eigentlich gut ist. Weil man bedenkt, dass ja die Skins meistens selber schon fast 2,000 Bugs hier kosten. Und in der dunklen Variante schauen sie auch eigentlich ziemlich cool aus. Venom-Paket ist noch drin. Das Streetfighter-Paket ist noch drin. Das Balenciaga-Paket ist noch drin. Und auch die Pakete sind alle noch drin. Also heute so viele Dinge im Shop drin. Man kann auf jeden Fall irgendwas kaufen. Also es gibt sehr viel Stuff. Wenn ihr was holt, ihr wisst ja gerne, den könnt ihr kurz noch hier antragen, wenn ihr mich da unterstützen wollt. Und ansonsten, ja, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr auch gerne einmal kurz in die Video-Beschreibung schauen und den ganz obersten Link anklicken, den Mein-PC-Link. Wenn ihr mich unterstützen wollt for free, könnt ihr einfach einen Klick darauf gönnen. Da kommt ihr zum PC-Shop von Hightech. Das ist mein Sponsor. Die Sponsoren die ganzen Gewinnspiele hier. Also, ja, klickt gerne mal drauf. Da kommt ihr zu Hightech. Und wenn ihr den PC sucht, dann wisst ihr ja, 3% Rabatt gibt es auch mal mit dem Cold Snogs dort. Im PC-Shop. Die haben wirklich die geilsten PCs. Also, checkt das gerne mal aus. Und, ja, dann würde ich sagen, war es das zum heutigen Fortnite-Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wir hören uns morgen, beziehungsweise nachher, sonst streamen wir wieder. Ähm, ja, bis dahin, habt einen schönen Tag und not rein, Leute. Tschüss!